Die morgige Regierungserklärung der Bundeskanzlerin ist der Startschuss jetzt in die praktische Regierungsarbeit. Die Bundeskanzlerin wird da ankündigen, was die Schwerpunkte in der Koalition sind. Und in der nachfolgenden Debatte, die ja dann zweieinhalb Tage dauert, werden die Ressortminister ihre Vorhaben konkretisieren. Und wir in der Bundestagsfraktion werden auch erklären, was wir nun als erstes erwarten, was umgesetzt werden soll. Ganz klar ist, die erste große Maßnahme wird der Bundeshaushalt 2018 sein. Der wird gleich Anfang Mai im Bundeskabinett verabschiedet und wird dann in einer konzentrierten Arbeit vor der Sommerpause in zweiter und dritter Lesung im Deutschen Bundestag beschlossen, weil er ist die Grundlage für eine ganze Reihe von Programmen und Vorhaben, die wir umsetzen wollen. Dann ist es der Wunsch der Bundestagsfraktion von CDU und CSU, dass wir sofort mit dem Baukindergeld starten. Wir haben eine Fülle von Anfragen junger Familien, die jetzt Bauanträge gestellt haben, schon im Frühjahr und die jetzt ihr Bauvorhaben verwirklichen wollen, wann das kommt, ob sie noch dabei sind oder ab wann das gilt. Das heißt also, dieses Thema Baukindergeld muss ganz schnell vorangebracht werden. Wir wollen dann auch, dass wir bei der Pflege eine klare Botschaft setzen können, dass auch die pflegenotwendigen Gesetze vorangebracht werden. Und dann haben wir natürlich noch das wichtige Gesetz Familiennachzug bei subsidiär Geschützten, den wir ja zusammen mit dem Koalitionspartner weiter ausgesetzt haben. Aber wo jetzt nun eine endgültige gesetzliche Regelung kommen muss, die auch bis Ende Juni in Kraft gesetzt sein muss. So ist es im Koalitionsvertrag vereinbart. Es sind nun mal eine kleine Auswahl. Es wird sicher bis in die letzte Sitzungswoche hinein im Juli eine ganze Reihe von zweiten und dritten Lesungen geben. Das heißt, es wird jetzt richtige, konzentrierte Arbeit notwendig sein. Ich kann das nur so formulieren. Wir haben ein halbes Jahr verloren. Davon muss nun viel wieder reingeholt werden. Ein Thema, das mich persönlich, aber auch uns in der Fraktion sehr beschäftigt, ist die Situation in Afrin, in Syrien. Und wenn ich dort lese, wenn ich lese, auch von Augenzeugen, Ärzten, die dort arbeiten, was da im Augenblick in dieser Stadt passiert, ist man entsetzt, dass die Türkei ihre Truppen, islamistische Truppen, dort durch die Stadt marodieren lässt, dass dort Plünderungen schlimmsten Ausmaßes stattfinden. Und dass gesagt wird, das sei ein klarer Verstoß gegen die Menschenrechte. Ein Vorwurf an einen NATO-Mitglied, ein Vorwurf, der wirklich hart ist. Und das erwarten wir nun von der Regierung, dass das mal genauer angeschaut wird. Und im NATO-Rat muss darüber gesprochen werden. Es geht auf gar keinen Fall, dass so etwas passiert. Und dann besteht noch die Gefahr, dass türkische, also unter der Türkei dienende Truppen und Amerikaner aneinander geraten könnten. Was das für die NATO bedeutet, ist natürlich schon nicht einfach hinnehmbar. Auf der anderen Seite wissen wir auch um die Sensibilität des Themas. Wir haben kein Interesse daran, dass die Türkei sich von der NATO verabschiedet. Das wäre nur ein sicherer Sieg für Putin, der sich der Sache bemächtigen würde. Aber in dieser Situation müssen wir schon mit der Türkei reden. Menschenrechtsverletzungen sind nicht hinnehmbar.